Du wirst ja direkt wieder gespawren halt. Ich bin grad eben, ah ok, nice gefickst, auf jeden Fall. Ja ich weiß, ich hab schon gegen viele Leute wollen das. Ich krieg den Hitmarker, ich krieg ab dem ersten Kill, der zweite krieg den Hitmarker. Das ist so typisch, er schluckt dann quasi das ganze Magazin noch runter, er will das alles überleben. Schrolls. Und Maid hat hier hinten seine hässliche Covalerie Scheiße. Danke Maid! Fuck you! Aber so oder anders. Aufklärungsflieger bereit! So, mal schauen. Jackflieger ist bereit! Aufklärung aktiv! Wir haben ein Auge am Himmel! Jackflieger ist bereit! Bitte Angriff anfordern! Und... Gibt's eigentlich genug Karten, die nicht zu klein sind? Nur genug Karten, die viel zu groß sind, aber... Vor drei Jahren! Danke Connection, bitte! Bitte mach weiter so! Ich warte einfach bis auf den Bodis, ich warte da mit dem Messer. Und er hat's einfach nicht gemacht! Aufklärungsflieger, warte auf Befehle! Ich hab sogar noch 25 Punkte mehr bekommen für Paratrooper Kill. Aufklärung! Aufklärungsflieger ein... Anders kann ich nicht sterben! In die ganz interesting Rifle noch mit... Mein effekt wird da normalerweise nicht rumgelaufen auf der Karte... Also nicht so sehr. Also ich hab mal... Ich versuch mich immer... Ja, Mann. Ich geh wieder runter. Also hier oben liegen auch noch Scheine Waffen, so eine Maddox mit ein paar Aufsätzen und so. Ja, das ist ein Heim. Auf jeden Fall die Visiere damit. Der Drauffahr. Rein. Rein. Warte mal, lassen wir mal kurz ein bisschen rum hier. Okay. Die haben ja alle immer gesagt, you are very beautiful. Wie gestern, of course. Beautiful in the Chinese Air. Also wie auch Q drauf einwillen, Giara. Jaja, von Asiaten gesagt, so ein paar Jungen. Der hat mich noch nie mehr gesehen, der hat voll an dir vorbeigeguckt. You look like big dick in Ass. Big dick in Ass, Alter. Warum sollst du den großen Schwanz haben? Wieso bist du schwarz? Gabi lernt noch ein bisschen sein London. Aber bald kann er das ganz gut. Ich hab miese Killcam gemacht. Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr heute geleistet habt. Okay, okay. 12 auf 12. Aber meine Runde ist jetzt zu Ende, ne? Ich hab meine auf. Ich hab so ne... Ich hab so ne... Ich hab so ne... Ich hab so ne Juden-Nase. Rumpfkanzel-Schütze bereit für Befehle. Rumpfkanzel-Schütze im Abzug! Ich hab in Hardcore grad einen Gunner erreicht. Wie geil ist das denn? Uh, ich weiß nicht was das heißt, aber herzlichen Glückwunsch. Die beste Streak... Äh... So nen... Und den Hardcore ist ja jeder Kill-One-Shot. Boah... Holy Shit! Soll ich... Guck mal, ich schick dir jetzt ein richtig hotes Split, okay? Ohne dies. Okay, also zwei. Ich fahre das Bild ein bisschen. Wo kommst denn her? Wir sind elffach in China geblieben. Ach so, wenn China scheiße ist. Ja, die ein. Sie erobern Baker. Sie erobern Baker. Aufklärungsschläger bereit. Rassbogen Mission bereit. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Sie nehmen Charlie ein. Wir wollen ihren Spiel anrufen! Ne, da ist noch einer im... Äh... No, du setzt den Hakenstruck nicht mehr, wenn ich jede Flucht gekocht hätte. Also... Aufklärungsschläger in Bereiter! Aufklärung gedacht! Ich spawne... Offspawn direkt mit einer Kugel. Die sind alle verreckt! Es ist noch ein Zornabschuss geworden und du bist zweimal im Zornabschuss drin. Und dann sitzt du. Du hast es tatsächlich zweimal reingeschockt. Ja, ich bin ja gespawnt. Ich war offspawn, eine Kugel. Ja, wir sind abgelegelt. Placke Stützbatterie in Position. Zack, aus dem Leben genommen. Ja, ich bin weak mate. Hilf mir doch. Du sitzt neben mir. Hilf mir! Wie soll ich hier irgendwas machen? Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt! Warum nicht? Aufklärungsflieger! Wartet auf Befehle! Sie erobern Able! Aufklärung aktiv! Wir haben ein Auge an Able! Oh! 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 Weeingty Dalino! Ich habe einen killdruck! Junge! Ha ha! Hast du den Feed gesehn, der durch das Hammer bestand? Jaaa, du hast... Zwei davon mindestens geklaut, aber ja habe ich gesehen. Ich habe ja meine Drohnen und mein Druch drin. Wir haben colette. Ja, ich hab direkt ein Double-Ess... Die randet jetzt schon wieder, Alter! Willst du dich verarschen? Oh mein Gott, wieder so ein kranker Quicksilver. Ich versteh's nicht, ich versteh nicht, wie die so viel schlucken. Wo spawnen die denn? Boah! Oh shit! Ich hab den miesesten Turn-On der Welt gegeben. Er hat mich mit Carabin gerollenshurtet, was ist das? Boah, was ein mieser Headshot war das denn? Ich sterbe von der Mine, ich war Kuba-Ackermann-Kent-19er-Sniper. Hitmarker! Oh Gott, ich hab ihn aber noch gekillt. Boah, ein Nose-Go! Und wo denn jetzt? Oh shit! Der Ackermann hat Gilke im Mars. Ja, normal. Du bist so schlecht da, Ray Ray. Du hast den Push, aus dem du das zweite Fliegel geworfen hast, ne? Der Feind hat Baker. Brandcombe wartet auf sie. Auf ihr Zeichen. Ich hab grad jeden Gulp ist auf Bahn. Kann doch nur verlieren. Aufklärung, Krieger, bereit für die Mission. Sie erobern Baker! Ja! Ist das ja auch was anderes, wenn du jedes Event dabei warst, hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit die ganzen Waffen zu haben. Hahahaha! Hahahaha! Willst du mich verarschen? Hahahaha! Ja, natürlich hast du die viel Wahrscheinlichkeit, weil du viel mehr Spiels und auch viel mehr Kisten. Ja, genau! Waffen kann man ja jetzt auch so weiter. Und weil du ja jedes Event mitgemacht hast. Dann hast du ja von jedem Event fast immer eine Waffe gehabt. Und ich hab noch Diffuse, eine Bombe, Demolition. Ja, ich hab grad die ganze Welt infiziert. Wie viele Leute gilt es denn? Du hast sechs Spiels! Ne, aber... Ja, Ackermann, ich hab noch einen Clip, da hab ich die letzten sechs Leute gemestet in Upper Dennis. Ah, den kenn ich glaub ich nicht. Ah, den ist voll. Ich hab sieben geholt! Ich glaub. Fein Kontakt bei Anton! Die Aufklärung sucht nach Zielen! Rionageabwehr in der Luft! Angriff auf feindliche Flieger! Während das startet, bin ich mir ganz kurz... Oh, es hat jetzt startet, lass mal kurz gucken. Okay. Ich bring mich mal ganz kurz... Äh, was ist denn? Ich hab morgens recht. Oh, juhu. Absolut B gesaved. Ja, nice. Ich... Aufklärung in der Luft! Was did I just do? Ich mach gleich direkt das erste Flugg, äh, Flugg, save. Ja, ich hab fast das erste Flugg. Ich hab an den Rücken. Ich hab an den Rücken. Ich hab einen Damage bekommen. Ich bin bei 810. Wir verlieren Cäsar! Ich hab Flugg. Ich hab Flugg. Nice. Und Brandbomber! Und Brandbomber! Fordern Sie sie an! Äh, save den! Warte, bis die B einnehmen wollen. Ja, okay. Ja, das ist ne gute Idee. Ich hoffe, der Shepard da rein. Ja! Sehr gut, sehr gut. Ja, die spawnen da! What? Wir recken aber nicht. Nice Brandbomber. Die Flieger im Anflug. Wirft Brandbomber ab. Wir erobern Bertha! Ja, toll, das entloopt. Nochmal ein Kill mit seinem Scheiß. What? Wir haben die beiden nur mit der Miene geholt. Hat gereicht. Die eine Kugel. Der eine Headshot. Oh, nice. What? By the way. Ich bin hier nochmal besprochen. Diese lächerliche Scheiße hier. Das ist nicht passiert. Nice. Der Headshot. Noch ein Headshot. Korrekt. Nur noch einen. Guck mal, das ist so typisch. Ich... Gaby, bin mir heute nicht gefällig. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Gaby, bist du taub? Nee, alleine vor. Entfernte. Ich kann nicht. Entfernte. Entfernte.